Scheiße, weil jetzt einfach so ernst dran ist und mich tötet. Sag ich doch. Was habe ich noch mitgenommen? Ich habe es vergessen. O-Ball, wieso habe ich den O-Ball mitgenommen? Weiß ich auch nicht. Weiß ich jetzt gerade wirklich nicht, warum ich das mitgenommen habe. Ist alles scheiße. Warum habe ich O-Ball mitgenommen? Ich weiß es wirklich nicht. Was ist gut gegen Pigann? Ne, ist bezweifle ich. Das bezweifle ich doch sehr stark. Ich treffe es ja nicht mal. Ich treffe es ja nicht mal. Was? Nein, das habe ich doch gar nicht ausgewählt. Ach, f*** dich doch. Ich treffe es ja eh nicht. Ja, schön. Was hilft mir jetzt, dass es Pflanze ist? Ich muss erst mal richtig treffen, damit es irgendwas bringt. Pflanze allein ist halt doch nichts wert, ne? Die Gurken, die ich heute gegessen habe, waren auch Pflanze. Hat ihnen auch nichts gebracht. Wenn jetzt trotzdem was Stoffwechsel. Uff Pummel. Na toll. Wie töte ich das denn jetzt noch? Blizzard. Eher geil. Das ist natürlich ja das Blizzard. Warum sollte das kein Blizzard haben? Aber hey, wenigstens Oma ist Pflanze. Das ist schon mal gut. Gut. Dann geht das nächste Continue hin. Hmmm. Opa ist schon scheiße. Wann haben wir das mitgenommen? Ich dachte, das wäre vielleicht was brauchbar. Ist es offensichtlich nicht. Jupp. Ich bin noch nicht mal beim letzten Kampf, wo einmal Continuers verabschieden sich schon. Was hab ich? Ich werde mir an, ich muss demnächst Klebeband kaufen gehen. Hm. Oh ne. Warte mal. Neue Auswahl. Es bringt ja nichts, wenn man gegenüber Blizzard hat. So. Jetzt gibt es erstmal Trille in die Fresse. Das hat auch... Was soll denn das jetzt? Das hat auch genau die richtige Größe dafür. Alter macht das viel Schaden. Was macht denn das alles so viel Schaden hier? Was soll denn der Unsinn? Ja. Das ist ein sehr effektives Hilfen. Ja toll. Jetzt bin ich schon tot. Jetzt kriegst du nicht mal Schaden, weil ich sterbe. Ach, fick dich doch. Na, lass mal gucken gehen, was Muppen so viele Cheats anbietet. Gehen wir zuerst dran. Über Maximum Schaden machen. So. Wieso? Natürlich erlebt das das noch. Dieses Kackspiel rollt mir dann so hier nur. Was kommt jetzt? Das war auch Level 30. Oh, Pippi wieder. Sind wir es an? Nein. Schade. Wir sind es nicht an. Oh, jetzt zerquetscht uns wieder. Ja, ich wollte heute eh nix. Keinen Fortschritt machen. Fortschritt ist halt. Und würde hier am Ende noch mehr Spiele spielen können. Okay, das ist Müll. Aber das ist sehr stark gegen mich natürlich. Alles, was der auffällt, ist sehr stark gegen mich. Wie gut ist der Megasauger? Ach, scheiße. Ich sehe. Ich sehe. Ich sehe. Ja, ja. Nee, würde ich nicht gewinnen. Dann gehe da auf mein letztes Continue dahin. Und dann kommen wir doch nach vorne anfangen. Oh, ich überleb's sogar noch. Bringt mir jetzt nix, weil der nächste wird mich sowieso töten, was auch immer es ist. Wahrscheinlich das Feuer Pokémon, was er noch hat. Es fehlt nur so ein bisschen. Wir haben aber noch sieben Lebenspunkte von 69. Also, ich habe auch mehr als ein Ufpummel. Ah, perfekt. Ja, nun, wir werden es jetzt einfach... Ja, vergiss es aber einfach. So effektiv kann das gar nicht sein, dass ich das überlebe. Es sei denn, es würde jetzt ver... Ne, es hat Blizzard. Ich habe hier ganz fest. Es ist Drecksvier, die hat ja Blizzard, weil... Hey. Ich sehe schon, machen wir keinen Fortschritt. Ich habe noch einen Continue, oder? Was können wir dann noch mitnehmen? Ich könnte dich mitnehmen... Dich und dich, keine Ahnung. Das ist irrelevant. Ich habe Schaufel... Und das ergibt für mich erstmal... Okay, das ist aber noch relativ harmlos. Ich verpisse mich erstmal in mein Loch. Hallo, ich bin in meinem Loch, das GIF-Kunde mich gar nicht treffen. Das ist unmöglich. Taugt das aus? Nur so ein bisschen. Ich habe noch eine Möglichkeit überlebe. Ja, aber... Ja, ich bin sicher, die werden sehr gut funktionieren irgendwie. Diese Empfehlungen sind wahrscheinlich kompletter Müll. Ich weiß nicht wieso. Bei solchen Spielen generell immer das Problem habe, wenn Entwickler oder Komplettlösungen irgendwas empfehlen, dass das gerne mal Müll ist. Das ist so ein bisschen wie alle Komplettlösungen zu Ambass da komplett für den Arsch sind und wenn man die befolgt, dann... Ja. Tut das nicht. Aufpummel. Schaffe ich es mich einzugraben, bevor es mich killt? Die Antwort ist ja. Was? So viel? Gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Dass es so hart ansteigt. Okay. Dann werden wir jetzt wohl einfach sterben. Ich wollte ja eh nicht gewinnen. Darf ich zunächst nochmal in die Fresse treten? Danke. Das ist wie so ein Sitzsack. Einfach mal voll reintreten. Ich hätte auch keinen Sitzsack. Oder dann habe ich keinen Sitzsack. Weil Delfine mir keinen geschenkt hat. Jetzt sind also Delfine schuld. Ja, ich hab's platt getreten. Wenn der Sitzsack aufplatzt und das Zeug ausfällt. Da drüben wir mit Toxin. Schau, schau, schau. Schau, schau, schau. Ah, das war Toxin? War es nicht kill? Ah, was weiß ich. Ne, ich pass doch nicht auf. Was spiel ich? Oh nein. Ich hab natürlich Pflanze dabei, ne? Ja, geil. Ja, das war's dann wohl. Es sei denn, Macholo gewinnt jetzt noch. Danke, Willi. Verliere ich erst im letzten Kampf. Einfach immer fester in die Fresse treten. Wenn's am Boden liegt, einfach weitermachen. Ist jetzt kaputt? Irgendwas stimmt mit meinem Spiel nicht. Die KI trifft nicht mehr. Muss ein Bug sein. Ich hab'n Bug. Emulatoproblem. Die KI kann gar nicht treffen. Äh, nicht. Gar nicht verfehlen. Ach, was weiß ich. Überlebst du das? Tritt ist jetzt tot. Tritt ist tot, komm. Danke. Ja, easy. Hat auch nur vier Continuous gekostet. Egal, jetzt muss ich nur noch den letzten schaffen beim ersten Versuch. Dinge, die passieren werden. Was hat denn der? Ich sehe hier sehr viel Boden. Ich hab' natürlich nichts Fliegendes mitgenommen, weil... Soll' ich auch fliegende Sachen mitnehmen? Ich hab' schon dessen Owei mitgenommen, oder? Owei kann nur schweben. Okay, jetzt hört mir das Kaninchen da an. Lecker Kaninchenbraten. Soll's ein Kaninchen darstellen? Bin ich sicher. Ich weiß nicht. Ich kaufe mir nur die billigen Schlachtabfälle. Da kann man eh nicht mehr sagen, ob das mal ein Tier war oder ein Mensch. Weiß man nicht. Ach ne, nicht Horn-Attacke. Ach ne, Moment, das war Horn-Board, ne ja. Okay, das ist die harmlose Attacke. Nehme ich nicht Instant-Kill. Nehme ich nicht Instant-Kill. Und wer ist schuld, die Ukraine, weil sie nicht einfach mal verliert. Das Ding hat natürlich Eis-Strahl. Ich weiß auch, ob ich kein Eis-Strahl spiele. Ich verlange ja eine Rechtfertigung. Du sagst, das dieкие Schlachtabfälle. Und was auch, ob ich dafür die Grenze antunfassen habe. Machs so viel Kurve an, ach ne. Amix nix zu tun. Ich kann nicht selbst fördern, wie ich da allies II.-Strahl. Und wo ich den Kopf habe... ...alsaja, ne. Nöööööööö Gut, dann greifen wir jetzt erst mal 20 Runden nicht mehr an Was? Mein Spiel ist kaputt Guter Anfang Nee Guter Anfang wäre das, wenn ich noch alle Popoun hätte Das Problem ist, ich bekomme das Tini tra nicht kaputt Jetzt darf ich ja erst mal 20 Runden nicht mehr angreifen bis ich tot bin das feuer effektiv gegen drache ich darf ja eh nicht angreifen das kannst möglicherweise verbrennen möglicherweise könnte es das tun das ist aber egal wird dafür 20 und nicht außer drachenwut früher ist drachen wo soll es denn kein drachen gut haben aber vielleicht sind sie an das bringt mir zwar auch nicht viel aber ich habe angezündet vor dem fall dass es jetzt noch 20 mal wickel benutzt was es nicht tun wird gewinne ich vielleicht noch dass wir alle guten attacken die ich nicht habe so ja alles habe ich nicht habe noch pflanzen pokémon das ist natürlich richtig gut jetzt natürlich richtig viel schaden machen kein deutsch ist ja fast schon nett von dem spiel dass ich noch ein bisschen weiterleiten darf oh hey es brennt das ist auch schon mal was nicht sehr effektiv ja toll das ist ja toll nun drache ist schwach gegen drache das ergibt auch gar keinen sinn die du die